Ja, willkommen und zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Wir waren hier stehen geblieben, wir wollten uns hier ein Feld bauen. Ich bin gerade echt aufgeschmissen, ich mach direkt weiter. Ich hab noch nicht in die Serverwelt geguckt, jetzt muss ich echt mal überlegen. Wasserkraben, dann Erde, oder? Also, warte mal. Weißt du was, wir machen das hier mal, wir machen hier auch mal so einen Schwarzeichenwald, Boden, Holz, Dingens, Pums. Vielleicht haben wir dann etwas Übersicht. Genau. Ähm, was ist da? So, dann haben wir hier einen einheitlichen Übergang, wenn schon die Wände nicht übereinstimmen. So, ne? Und jetzt ist die Frage, die einzig Ware, ab wo fangen wir an mit unserem Feld? Also, ich hätte gern mindestens die Rinder frei. Wollen wir das hier machen? Pass mal auf, dann, äh, gucken wir mal, ne? Wir gucken einfach mal. So, dann würde ich sagen, Wasser, Wasser, Wasser. Ähm. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ich das machen will jetzt im Großen und Ganzen. Also, wenn das Wasser ist, ne? Wir machen Wasser, Wasser. Beziehungsweise. Es ist immer was, wenn man sich was vornimmt und sich das Noton nicht nochmal anguckt. Also, das wäre jetzt zwei, drei. So, dann probieren wir das mal so, ne? Dann würde ich sagen, machen wir. Todesmutig, wie wir sind. Hier R. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei drei belassen wollen. Warte mal, wir können da eigentlich rein theoretisch, ne? Guck mal, dann machen wir das so. Und dann machen wir das hier. So. Wasser. Und dann brauchen wir eigentlich auch keinen Sand, ist richtig. Dann können wir das nämlich so machen. Ach so, jetzt haben wir ja gar keine Mitte mehr, ne? Egal. Verzichten mal auf die Mitte. Aber das sieht doof aus. Machen wir das so? Ich weiß nicht. Na gut, mal gucken, was das hier wird, ne? Wir probieren hier einfach mal rum. Ähm. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. So. Dann haben wir zweier. Keiner. Und nochmal viere. So. Okay, dann, ähm. Das brauchten wir jetzt. Ähm. So. So. Und so. Okay. Dann haben wir auch wieder unser Werkzeug. Ach, jetzt kann er hier durchgehen. So. Ähm. Dann machen wir hier noch einen auf Wasser. Irgendwie. Sah das ja sehr gut aus. Hä? Sieht doch aus wie eine eigene Strömung, oder nicht? Egal. So, wie machen wir es da? Okay, für den Anfang können wir das eigentlich so lassen. Ähm. Dann füllen wir jetzt hier einfach nochmal auf. Und dort. Und. Ja. Irgendwie machen wir das hier schon falsch, ne? Ist doch alles gar kein Brunnel-Problem. Falsch machen können wir viel. So. Machen wir da mal Wasser. Ach so. Dann sollten wir das hier vielleicht auch nochmal. Genau. Ach, ja. So. Ja, es wird wahrscheinlich doch nicht so cool aussehen, wie ich dachte. Aber ich denke, es ist vielleicht immer noch besser als unsere, na, sag mal schnell. Ich habe den Namen vergessen. Genau. Als unsere, unsere. Na, unser Ende Ding. Na. Bevor wir uns verlaufen haben. So. Jetzt machen wir auf hier. Eigentlich müssen wir ja jetzt alles nass werden. Der ganze Dings müsste nass werden. Ähm. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das hier riskieren sollen. Dass wir das so zumachen. Weißt du was? Wenn wir ja eh lange warten, ne? Sieht man das dann überhaupt? Ja. Die Unterschiede sieht man. Aber die Mitte wird nass, also ist alles gut. So. Dann haben wir da schon mal das erste Ding. Und wir sind schon wieder bei sechs Minuten. Wow. Cops glow. Ähm. Ich frage mich, warum der so lackt. Mal gucken. Hm. Eigentlich hat er ja nichts zu tun. Na gut. Ähm. Quatsch. Nein. Ich bin zu glöd. So. Dann bauen wir das mal so da rein. Und dann. Echt? Müssen wir hier Holz machen? Ne. Erde, ne? Hier müssen wir Erde machen. Also. Erde. Eins. Zwei. Drei. Und dann. Eins. Zwei. Und nochmal. War das jetzt richtig? Oder? Ich glaube, ich komme hier nicht mehr klar. Ich werde hier so durcheinander kommen. Hä? Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Ich gebe es auf. Ich gebe es einfach nur auf. Komm. Wir werden das schon falsch machen. Irgendwann sind wir im Falschbauen. Die Experten. Ja. Seht ihr? Alles jahrelanges Training im Falschmachen. Und dann klappt das auch. So, lass mich mal hier hoch. Okay. Obwohl jetzt wohl das Feld so... Wann kannst du es nicht vielleicht doch ein bisschen größer machen? Obwohl... Ne, ne. Ist alles gut so? Das lassen wir so. Pass mal auf. Dann... Zack, zack. So, einmal rum. Und dann haben wir hoffentlich nicht mehr so viel mit Wasser aufzufüllen. Na, siehste. Läuft auch. Okay. Dann machen wir das hier auch nochmal. Und... Ach so. Verdammt. Na gut. Dann eben so. Okay. Dann haben wir das auch. Ähm... Ich weiß gar nicht. Das ist doch ein bisschen doof, ne? Weil... Hier wird nicht noch eins hinpassen. Pass mal auf. Das gucken wir mal nach. Also... Eins... Natürlich. Eins, zwei. Eins. Eins. Okay, warte mal. Das mal werden wir hier auch gleich mal fertig machen. Ähm, zack und zack. So, und dann müssen wir uns auch noch um die Beleuchtung kümmern. Enderman kann bei... Na, zu super. Enderman kann bei der Höhe hier zum Glück nicht rein teleportieren, ne? Das hat es einen Vorteil. Ähm, fackeln. Ob das ausreicht, wenn wir das nur an diesen Punkten machen? Ich weiß es gar nicht. Sollte eigentlich ausreichen, oder? So, auf jeden Fall. Dann haben wir... Das weg. Ähm... Spitzhacke. Ist die andere kaputt? Ne, da ist sie. Okay. Und dann... Ups, wollten wir ja noch das. Okay, eins, zwei... Das waren vier lang, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, das waren nur drei. Eins, zwei, drei. Ey. Hat man das doch irgendwie? Ne, ne? Ach ne, das sind ja dann vier. Ah, ich verstehe jetzt zwar nichts, aber okay. Gut, ähm, dann passen ja hier tatsächlich doch drei hin. Aber ist immer noch nicht ganz synchron, ne? Aber... Damit das vielleicht nicht so auffällt... Werden wir ja doch ein bisschen tricksen. Nur ein bisschen. Nicht doll. Nicht viel. So. Und dann würde ich sagen... Genau. Soweit ich es habe. Ähm. Wieso? Obwohl. Ne, ist doch richtig, ne? Ne, ist nicht. Ist nicht richtig. Ist sogar noch ein bisschen kleiner jetzt. Ne, mit dem ist es... Ne, die sind alle richtig. Die sind ja alle richtig. Wer hätte das gedacht. Haben wir doch die perfekte Länge für uns gefunden. So. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt hier... Ähm... Verdammt. Ich habe es gewusst. Nein. Ich bin so doof. Okay. Dahin. Ich hole mir jetzt wo an. An das Wasser. Da. Okay. Dann hier, bitteschön. Und... Dankeschön. Grrrr. Ähm. Das ist doch klappen, ne? Ja. So. Also nochmal. Bitteschön. Bitteschön. Wir sind schon wieder bei zwölf Minuten, wie die Zeit vergeht. Ähm. Okay. Dann hier. Dann da. Dann da. Ich werde mal Wasser auffüllen hier. Moment. So. Wir haben jetzt nicht viel, ne? Also anzubauen. Wir haben jetzt erstmal wirklich nur... Ähm. Das hier, unser Weizenzeug. Bisschen arm, sehe ich. Aber naja. Gut. Ich weiß gar nicht, ob dieses Anbauen übrigens nicht doch vielleicht ein bisschen zu laut ist. Ähm. Im Gegensatz zu meiner Stimme. Kann ich euch alles nicht sagen, ne? Also... Werte ich erst genauso wie ihr dann sehen, wenn ich mir mal die Folge angucke. Muss ich ja alles tun. So. Ach ja. Ich brauche ja noch. Ähm. So. Und so, ne? Und dann haben wir gesagt, machen wir da überall Fackeln hin. Fuck we're Fackel. So. Okay. Ich trau dem Frieden hier nicht, ne? Ich halte das alles noch für ziemlich dunkel. Wir gucken mal kurz. Also, Lightning. Zwölf. Lightning zwölf. Elf. Zehn. Ich geh ein paar mal zehn war bei. Aber ich denke, ist alles verkraftbar. Es sei denn, wir machen hier asynchrone Fackeln hin. Das wäre die Idee. Asynchrone Fackeln. Hm. Ich weiß aber auch gar nicht. Ist das so sinnvoll? Ich glaube, das wird mit den Fackeln ziemlich überladen rüberkommen. Vielleicht machen wir das hier doch nochmal anders. Und dort vielleicht auch nochmal. Ich hab da gerade so eine kleine Idee. Die Frage ist nur, ob ich mir das auch merken kann. Ähm. Wollen wir jetzt... Ach komm. Was soll's? Oder? Wollen wir nochmal eine Runde? Ich würd sagen... Ja, komm. Wir versuchen es. Wir versuchen nochmal eine Runde. Ähm. Da. 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 Ach nee, das war jetzt... Nee, das waren drei, ne? Zwei, drei, vier. Okay. So wird's hinkommen. Und zack. So, und dann füllen wir das hier mal aus. So, dann müssen wir sowieso nochmal eins rein. Wir sehen's. Okay. So. Dann haben wir hier jetzt halt die billigsten von billigsten Feldern, die man überhaupt haben kann. Ich denke, es ist aber nicht so schlimm. Ähm. Da kommt eh gleich. Da kommt eh gleich. Achso, warte mal. Stimmt, das wäre ja hier. So. So. Und... Warte mal. Wird man schon nicht aufpassen, ne? Verdammt. Verdammt. Okay. So. Dort drin auch nochmal. Dann ist das schon mal fertig. Und dann ist die Folge eigentlich so gut wie zu Ende, weil wir sind ja jetzt schon ziemlich über die Zeit schon wieder. Sollte es anders sein. Okay. So. Und dann... Hier nochmal. Okay. Dann machen wir das hier... Ach, wir haben gar nichts mehr. Ja gut. Wenn das so gut ist, dann, äh, fucking raus. So. Dort reicht es erstmal. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß so, äh, prickelnd ist das hier alles gar nicht. Aber wir brauchen wenigstens etwas. So. Ähm. So was, dann machen wir das hier auch noch schnell. Und dann ist die Folge aber auch schon so gut wie zu Ende. Beziehungsweise dann ist sie zu Ende. So. Zack, zack, zack. Wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich schon gemacht? Zwei, ne? Wir haben zwei Folgen. Haben wir doch schon einiges geschafft. Haben das zwei oder sind das drei? Ich weiß es gar nicht. So, und dann werden wir uns... Jaja, die Decke ist mir eigentlich trotzdem zu nah. Also sehr hohe Decken brauchen wir eigentlich nicht. Aber irgendwie ist sie mir doch noch zu nah auf dem Kopf. Allerdings noch eins höher können auch Endermänner hier spawnen. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will keine Endermänner haben. Und dort müssen wir vielleicht noch Fenster machen. Und, äh, diese Übergänge hier, ne? Die werden wir wahrscheinlich, äh, mit Glas und Fackeln darunter machen. Müssen wir mal sehen, ob wir das so hinkriegen, wie ich es mir denke. Und, ja. Ich beende hier jetzt erstmal die Folge und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.